Flomega bei uns im Weserstrand. Unser nächster Gast, Bärbel Schäfer. Flomega, du hast jetzt die Chance, ihr eine Frage zu stellen. Was willst du sie fragen? Ja, mich würde interessieren, ob du eher deine kommerziell erfolgreichen Songs liebst oder die, die eher so nicht so erfolgreich sind. Das fragen wir die berühmte Rapperin Bärbel Schäfer. Was fragen wir die ehemalige Fernsehmoderatorin Bärbel Schäfer? Vielleicht, ob sie lieber fürs Private arbeitet als fürs Öffentlich-Rechtliche? Boah, das ist aber echt nicht mein Bereich. Was soll ich da fragen? Was soll ich sie fragen? Ich kann sie fragen, welche Schuhgröße sie hat. Bärbel Schäfer, wir sind gespannt. Das ist, glaube ich, die Frage, die Ihnen noch keiner gestellt hat. Danke, Flo. Bitte. Danke. 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 Vielen Dank.